Wie kann man Menschen und Gebäude einfach und effektiv vor Überdruck und Explosionen schützen? Die Klassmann Kaiser GmbH erforscht diese Fragestellung seit fast 20 Jahren. Das Ergebnis? Sinnvolle Prävention schützt. Das heißt, rechtzeitig für Entlastung zu sorgen, bevor der Druck in den kritischen Bereich steigt, sodass es zu keiner Gefährdung kommen kann. Klassmann Kaiser gehört zu den führenden Herstellern von Druckentlastungsklappen. Unsere Druckentlastungsklappen bieten zuverlässigen Schutz, wie zum Beispiel in Brandschutzanlagen, Treppenhäusern, Serverräumen, bei Tunnelanlagen, in Schaltanlagen, Trafostationen und sonstigen technischen Anlagen. Wie funktioniert das Prinzip? In Ruhestellung sind die einzelnen Lamellen geschlossen. Steigt der Raumdruck über den voreingestellten Wert, öffnen sich die Druckentlastungsklappen und schließen nach Druckabfall wieder selbstständig. Der Mensch und das Gebäude sind geschützt. Klassmann Kaiser liefert die CE-zertifizierten Aluminium-Druckklappen mit zusätzlichen Optionen, lackiert oder pulverbeschichtet. Sie werden ohne Schweißnähte gefertigt und sind temperaturbeständig bis 80 Grad Celsius. Die Lamellen unserer Druckentlastungsklappen lagern beidseitig auf hochwertig gekapselten Kugelnlagern. Klassmann Kaiser ermöglicht nahezu jede Einbauvariante, zum Beispiel Komplettlösungen für vorhandene Fenster. Die Rahmen- und Fensterflügel werden beibehalten und nur das Glas ersetzt. Dies ermöglicht jederzeit einen spurenlosen Rückbau. Die Qualitätsprodukte entsprechen den seit 1.7.2013 gestiegenen europäischen Anforderungen. Zu unseren Kunden zählen anspruchsvolle internationale Auftraggeber. Klassmann Kaiser GmbH – Ihr Partner für Druckentlastungsklappen.